Und was kann ich für dich tun, lieber Bulle? Ich weiß nicht, aber irgendwie muss ich bei dem eisernen Bullen, muss ich irgendwie immer an den Bullen von Tölz denken. Ohne jetzt, der sieht dir mit keinster Weise ähnlich, aber einfach nur wegen dem Bullen. Hm, Gnadenstoß, du verursachst höheren Schaden gegen Betäubtung oder zu Boden geworfene Ziele. Kriegshorn, der Klang des Kriegshorns flößt deinen Gegnern Angst und Ver... Das haben wir schon mit Dorian, nehmen wir den Gnadenstoß. Horn des Heldenmuts, Schadensbonusrüstung. Das ist wiederum gut. Gut, ähm, jetzt würde ich dann doch gerne noch mal kurz eure Rüstung checken. Du hast ein Speerschild. Den kriegst du nicht. Zwergen kriegst Axt. Macht ein bisschen mehr Damage. Ähm, Seelenküsse. Ähm, ein Prozent. Verteidigung im Nahkampf ist ein bisschen niedriger. Ach, der hat sogar ein besseres Schild. Ähm. Ich gebe es ihm trotzdem, weil da so gute Werte drauf sind. Stellt sich natürlich... Warum habe ich denn das ausgetauscht? Ich Idiot! Ich habe nicht richtig hingeguckt. Das tut mir jetzt irgendwie so ein bisschen leid. Bulli! War das der? Ja, natürlich war das der. Wurde auch Zeit, dass du mal so langsam so ein bisschen so eine bessere Waffe kriegst, ne? Hast ja schon... Seit Ewigkeiten läufst du mit der Waffe rum. Ähm. Maximale Gesundheit. Das könnte eigentlich ganz gut sein. Der kriegt ja eigentlich immer aus Fressbrett. Meisterhafter Vorreiter. Rüstung. Heilung, Konstitution, Verteidigung im Fernkampf. Ich nehme das. Ich gebe dem das. Und als Helm kriegst du... Nichts. So scheint es mir. Ja. Okay. Nein. Nein, 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 nein. Ich könnte mal bei Accessoires gucken. Ähm. Gürtel des Fokus. Zusätzlicher Fokus gewinnt. Fokus. Ich glaube, das war ja... Gar nicht so schlecht. Oder was hast du an? Gegen Geistschaden. Ja gut. Das dürfte dann wirklich besser sein. Willenskraft brauchst du nicht. Klugheit. Klugheit. Was erhöhte nochmal Klugheit? Ich weiß es jetzt ehrlich gerade nicht. Verbessert das Lebenswicht. Des Angriffs. Das ist alles... Erhöht die Fähigkeitsschaden. Um 30%. Ich lasse es erstmal so. Ich gehe nochmal kurz auf Blackwall. Du hast ja auch... Ewigkeiten keine bessere Rüstung mehr gesehen. Helm des Wächters. Ja gut. Ähm. Du kriegst das hier mal. Schlachtenmeisters. Das hat zwar mehr Rüstung, aber die Werte gefallen mir irgendwie nicht. Oder? Gegen Geistschaden. Gegen Magie. Das ist jetzt so eine Sache. Du kriegst das hier. Die hochwertige Schlachtenmeisterpanzerrüstung. Sieht zwar scheiße aus, aber es ist gut. Wenn man sie dann auch noch mit Verbesserungen vollstopft. Oder Aufwertungen. Äh. Bianca. Vorreiterpanzerung. Wie benutze ich das auf den? Das habe ich immer noch nicht gecheckt. Ähm. Ähm, 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 ähm. Habe ich das jetzt zerstört? Nein, ich wollte nicht zerstören. Okay, ähm. Lassen wir das. So. Wir müssen Felsspalten dicht machen. Sollte ja jetzt eigentlich Elfenwurzel. Da brauchen wir ja noch ein bisschen was von. Definitiv. Schlangenstein. Theoretisch könnten wir auch jetzt hingehen und, äh. Okay, da ist ein Hurlock. Das heißt, wir kommen dem ganzen, der ganze Sache schon relativ nah. Ähm. Wir kommen der ganze Sache sehr, sehr nah. Wenn ihr mich fragt. Weitere. Dunkle Brut an der Oberfläche. Ich könnte mir vorstellen, dass Ferelden während der Verderbnis schon mehr als genug dieser Kreaturen gesehen hat. Na, im ersten Teil fand ich die allerdings noch gruseliger. Ich glaube, ich denke, als ich das erste Mal so einen Hurlock gesehen habe, boah, das sah schon, das sah ja aus wie so eine wandelnde Leiche. Nur halt mit Haut dran. Das ist dein Ende. Das ist dein Ende. Wo kommt ihr her? Aus welcher verdammten Felsspalte seid ihr gekrochen? Damit ich euch wieder dahin schicken kann. Ich habe meine Aus-, äh, meine Abzweigung verpasst. Hier ist so viel Lila auf der Karte. Bringt mich ganz durcheinander. Hier sind überall Felsen. Wartet mal. Ich glaube, das ist doch die Höhle da oben. Mit den vielen Spinnen, oder wie war das? Würde ich mir jetzt mal so ganz, ganz stark vorstellen, dass es das ist. Oder zumindest könnte ich mir das vorstellen. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob das der Wahrheit entspricht. Aber möglich wäre es ja. Das kommt zumindest aus dem Boden. Yep. Ich hatte recht. Ich sehe aber nichts, weil hier alles dunkel ist. Dunkel ist wie Sau. Wow. Ähm. Hobolock Alpha. Da sind sie rausgebrochen. Das sehe ich da, oder? Haben die Spinnen ein bisschen zu weit gebohrt. Lasset mich hier raus. Ähm. Ein Tiefenlauer. Ist so heißen die Viecher hier. Hier hatten sie auf jeden Fall ihr Lager. Dankeschön, lieber Dorian. Hm. Haben wir schon mal einen Riss geschlossen? Von wem habe ich eigentlich die Quest? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Spindelkraut. Das brauchen wir. Ich weiß gar nicht, wer hat er danach verlangt? Ich weiß es doch nicht. Dann fehlt dann eigentlich nur noch Blutlotus. Natürlich müsst ihr jetzt wieder hier sein. Natürlich. Ihr habt auch nichts Besseres zu tun. Moment. Die Quest ist für Level 11. Lass ich die schon so lange offen? Nee. Moment. Da kann aber gerade was nicht stimmen. Da bin ich ganz ehrlich. Da kann was nicht stimmen. Denn äh. Ich war vor Level 11. Oder nach Level 11 war ich schon mal hier. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Was ist das für ein Klopfen? Oder? Moment. Nö. Was ist das für eine Klopfin gewesen? Oder kam das jetzt im Spiel? Ich werde hier noch paranoid. Ich sachet euch. Theoretisch können... Ähm. Ich gucke mal gerade was nach. 19, 18, 18, 18. Attribute. Ihr braucht noch ein bisschen was. Nee. Den Drachen können wir noch nicht wieder herausfordern. Wäre interessant gewesen. Aber ähm. Da ist meine Vernunft dann doch ein bisschen größer. Das Schwarz-Lotus. Den kannst du mal... Ich brauch Blut-Lotus. Ich hab meine Abbiegung verpasst. Hier gibt's im Übrigen auch Eisen. Immer gern gesehen. Ich schaffe die Requirierung. Ich schaffe die Requirierung. Hm. Habe ich schon gesagt, wie sehr mich diese ganzen Berge nerven? Düm-Düm-Düm-Düm-Düm-Düm-Düm-Düm. Große Bucht. Bleibt da, wo der Pfeffer wächst. Ihr fiesen, fiesen Viecher. Hier ist das Astrarium. Hatte ich das schon? Ich weiß gar nicht, ob ich das Astrarium hier schon hatte. Ja, das hatte ich schon. Wo ist jetzt die dunkle Brut? Die ist unter mir. Nein, 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 nein. Ähm. Wo bin ich denn jetzt? Ähm. Entweder die oder die Höhle. Ich glaube, ich habe es gerade sowieso ein bisschen verkackt. Uh. Wie komme ich jetzt hier heil wieder runter? Also hier nicht. Oh Gott. Hier ist die Höhle. Überall, wo diese Spinnenweben sind, sind die. Oder auch nicht. Da, 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 da. So, liebe dunkle Brut. Wo seid ihr? Oh Gott. Wie lange hatten wir keine Spinnen mehr in der Aufnahme? Das musste ich nachholen. Da ist halt Alpha. Da ist halt Alpha. Fragt sich jetzt nur, wo dieser, wo diese Feldspalte ist. Das ist hier immer so schwer zu sehen in diesem dunklen Raum. Ähm. Ähm. Tja. Das war's dann wohl. Ja, schön wär's. Wo ist jetzt das? Ah. Zack. Sollen sie doch unten verrotten. Wo war jetzt mein Ausgang? Ich habe das Gefühl, ich habe die falsche Richtung gewählt. Hep. Aber easy. Easy. Habe ich nämlich diese Quest auch von meiner Leitdichte weg? Dann nervt die mich nicht so sehr. Wo war jetzt das letzte Astrarium? Ich habe ja selbst gesagt.